Ich muss, weil, ich muss Jimmy hören. Ich muss das auf 100% hören. Aber ich brauch den... Scheiße. Ich sag noch so schön, ja, ja, kein Problem. Mein Puls ist immer zwischen 80 und 90, wenn ich Horrorgaming mache. Ich muss erst mal wieder... Ach so, das Spiel wird übrigens nur mit Maus gespielt. Also, das ist meine magische Miesmuschle. Da kann ich immer an verschiedene Stellen gehen und kann quasi mit den Geistern reden, mit den Leuten, die ermordet worden sind. Ein lautes Geräusch bedeutet, dass ein Geist in hohem Energiezustand in der Nähe ist. Und ohne Tastatur wird gespielt, ne? Moin. Servus. Moin. Das hört sich... Hey, der Killer. Was ist der Killer? Das... Okay, also ich kann die jetzt nach Dingen fragen. Magische Miesmuschle. Ich muss den magischen Spiegel finden. Ich weiß, mein Gott. Da kann man durchs Schlüsselloch gucken. Pass auf, ich zeige euch, was man hier machen kann. Hey. Das Problem ist, ich muss jetzt den blöden... Magische Miesmuschle. Jimmy hat ihr Geld geklaut. Wow. Nee, die Stimme kam woanders. Ah! Das ist mein Schmuckstil. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ah! 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 Tüte! Ey! Ey! Ganz... Tüte! Weißt du was? Weißt du was? Du warst das letzte Mal Mod hier, ja? Du kannst nach Hause gehen. Wo ist jetzt Tüte? Wo ist jetzt Tüte? Der lässt mich einfach alleine. Ah! Ins Bad! Geh ins Bad einfach! Geh ins Bad! Ganz schnell! Hau ab! Oh! 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 Das war nicht Cody! Ah! 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 Ich hab die ehrlicherweise noch. Ah! Die das Spiel gemacht haben und eh. Oh! Nein! Nein! Warum geh ich denn da hin? Heute bin ich auch ein bisschen blöd inne. Ah! 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 Surprise Motherfucker! Ah! 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 Hab ich mich jetzt von der Ente erschreckt? Ernsthaft? What you said about Jimmy stealing your toy? Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? He's so white, but that's still in the bottle. I hated him. Oh. Jimmy? Oh, scheiße, ich bin im dunklen Zimmer. Scheiße. Ey, du sollst nicht deine eigene Streamerin trollen. Ich hab ein Zimmer gefunden. Oh. Und ab in den Schrank. Ach. Ihr wollt mich alle nur leiden sehen. Gibt es sowas zu holen? Ah, wie oft hab ich schon in dieser Scheiße. Ich hab es aus. Hallo, das war noch. Fantig mal. melziere Bye, have a great time Scheiß Scheiße der iss.. Hä? Hä? Untertitelung des ZDF für funk, 2017